Hallo liebe YouTuber-Leuten, ich wollte euch nur sagen, ich werde ich bald, wie mein YouTube-Kanal, weil ich anderen Namen nachgegenge, weil ich jedenfalls anderen Namen nachgegenge, wegen mein Hauptkanal nicht mehr Nutella, das bleibt jedenfalls, mein zweiter Kanal heißen Nutella FCK Leon und auch noch werde ich meine Hauptkanal, dann werde ich noch als ganz anderer Name, da werde ich hier mal eine Sammlung aufnehmen, über Filme, über Computerspiele und Musik, Hochbücher und Musik werde ich auch noch aufnehmen, und mein zweiter Kanal Nutella Beispiel, ich habe schon einen Kanal Name im Kopf schon drin, mein Hauptkanal Currywurst mit Pommes, Leon.